Liebe Jugendliche, ich freue mich, ich freue mich, euch hier in Köln... Es war in vielen Orten der Republik, im Bundestag, in Asylbewerberheimen, auf der Zugspitze selbst. Zuletzt ist es in einer 40-jährigen Fußballfahrt von Dresden nach Köln gebracht worden. ...kotidien permet d'apaiser tout cela et constituer l'identité propre de cette partie de l'Allemagne. Zuletzt ist es in einer 40-jährigen Fußballfahrt von Dresden nach Köln, in Asylbewerberheimen, in Asylbewerberheimen, in Asylbewerberheimen, in Asylbewerberheimen, in Asylbewerberheimen, in Asylbewerberheimen, in Asylbewerberheimen. ...